Ab jetzt geben wir Gas! Bei Motorrad und Quartess, Ihr Fachhändler für Motorräder, Roller, Quads und ATVs. Mit einer Riesenauswahl zu Toppreisen. In unserer Meisterwerkstatt erwartet Sie unser qualifiziertes Team bei allen Service- und Reparaturarbeiten. Motorrad und Quartess. Wir stehen mit unserem Namen für ein hohes Maß an Qualität und Sicherheit. Kommen Sie vorbei. Max-Planck-Straße in St. Augustin. Bombenalarm in Bonn. Am Dienstag, den 27. Oktober 2009, wurde in Hersel in Bornheim eine Bombe entdeckt. Auf einer Insel im Rhein lag die 500 Kilo schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Zunächst wurden knapp 3000 Anwohner von Einsatzkräften evakuiert und in Notunterkünften untergebracht. Spezialisten vom Kampfmittelräumdienst vergruben die Bombe anderthalb Meter unter der Erde. Anschließend wurde der Zünder durch eine kontrollierte Sprengung entschärft. Der Schiffsverkehr auf dem Rhein war während der Entschärfung der Bombe nur bedingt möglich. Sprengung 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 Sprengung